Mit dem Microsoft Surface Go 2 ist endlich ein Nachfolger des kleinen Windows Tablets erschienen. Für ab 460 Euro bekommen wir nun ein größeres Display, einen flotteren Prozessor, den gleichen Surface Pen und das gleiche Type Cover. Nun, ich bin Andrzej für tabletblog.de und in diesem Test erfahrt ihr alles Wissenswerte zu diesem Tablet. Bevor wir anfangen, einen Dank an unseren Sponsor ExpressVPN. Mit einem VPN versteckt ihr eure IP-Adresse und verschlüsselt eure Internetverbindung. So sind eure Daten auch dann sicher, wenn ihr euch auf Reisen mit einem etwas fragwürdigen WLAN oder so verbindet. Oder aber ihr benutzt es, um Inhalte von Netflix und Co. zu schauen, die in eurem Standort nicht verfügbar sind. ExpressVPN ist der größte Premium-VPN-Anbieter mit über 3000 Servern in 94 Ländern. Tabletblog-Zuschauer bekommen drei Gratis-Monate zum 12-Monate-Abo dazu. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Im Vergleich zum Vorgänger ist das Display des Surface Go 2 von genau 10 Zoll auf 10,5 Zoll angewachsen. Dadurch sind die schwarzen Rahmen etwas geschrumpft und es schaut moderner aus. Schön finde ich, dass Microsoft trotzdem das 3 zu 2 Seitenverhältnis beibehält, denn ich finde das insbesondere zum Arbeiten angenehmer als 16 zu 10. Das Display hat eine Full-HD-Auflösung mit 1920x1280 Pixel. Für ein 10 Zoll Tablet halte ich die Auflösung für hoch genug. Texte schauen scharf aus. Der Bildschirm ist auch insgesamt gesehen ein sehr guter. Er ist hell genug, um damit durchaus mal draußen zu arbeiten. Außerdem sind die Blickwinkel, Kontrast- und Farbwiedergabe hervorragend. Anders als beim iPad 7 ist es ein vollständig laminiertes Display. Rechts und links hat Microsoft jeweils nach vorne gerichtete Lautsprecher verbaut, die sorgen für einen ordentlichen Ton. Klar, ein iPad Pro oder Galaxy Tab S6 von Samsung haben bessere Lautsprecher, aber die Soundqualität ist auch für Netflix gut genug. So richtig interessant ist das Surface Go 2 erst mit dem Stylus, der Microsoft Surface Pen heißt. Es ist genau der gleiche Stift, der auch mit dem Surface Pro 7 oder Pro 6 funktioniert. Ihr könnt aber auch die der anderen Vorgänger oder gar den Slim Pen des Surface Pro X benutzen. Richtig, anders als bei Apple sind die Stifte allesamt untereinander austauschbar. Das ist super, denn so müsst ihr Zubehör nicht doppelt kaufen. Der Surface Pen funktioniert wie gewohnt hervorragend. Er fühlt sich dank Metallgehäuse hochwertig an, ist nicht zu dünn und hat an der Seite sowie oben einen Button. Gelegentlich müsst ihr mal eine Batterie austauschen. Einen Akku hat er also nicht, aber ihr könnt ihn trotzdem magnetisch an der Seite des Surface Go 2 befestigen. Von Microsofts Programmen und von Windows im Allgemeinen wird der Stift Software seitlich sehr gut unterstützt. Ihr könnt damit beispielsweise in Microsoft Edge Webseiten oder PDFs beschriften, mit OneNote Notizen aufschreiben oder gar klassische Word, Dokumente mit Notizen oder kleinen Zeichnungen bereichern. Außerdem sind in Windows praktische Funktionen wie eine Handschrifterkennung eingebaut. Programme von Drittanbietern unterstützen den Stylus ebenfalls oft überraschend gut. Es gibt viele Zeichen-Apps, mit denen Künstler oder Kinder Spaß haben können. Der Surface Pen funktioniert auch in Adobe Photoshop erstaunlich gut. Wenn ihr sehr anspruchsvolle Bearbeitungen in Photoshop durchführt, ist es natürlich etwas schwach dafür. Aber schnelle und kleinere Aufgaben kann man damit durchaus erledigen. Am spannendsten ist der Surface Pen mit OneNote. Das ist die Notizen-App von Microsoft und der Surface Go 2 scheint zusammen mit dem Pen genau dafür gemacht zu sein. Ich habe damit viele handgriffliche Notizen aufgeschrieben und das funktioniert wunderbar. Wenn ihr begeisterte OneNote Nutzer seid, dann kann der Surface Go 2 für euch die perfekte Wahl sein. Ihr könnt das Microsoft Surface Go 2 mit einem Intel Pentium Gold 4425Y-Prozessor und einem Intel Core M3-Shop der 8. Generation bekommen. Außerdem gibt es Modelle mit 4 GB und 8 GB RAM, sowie mit einem 64 GB eMMC-Speicher oder einer 128 GB SSD. LTE ist ebenfalls eine Option. Für meinen Test vom ersten Surface Go hatte ich damals das Einsteiger-Modell mit dem Intel Pentium Gold-Prozessor. Im Vergleich dazu hat sich das Einsteiger-Modell des Surface Go 2 nur minimal verbessert. Für mehr Details zu der Leistung könnte ich also meinen Test vom Vorgänger anschauen. Diesmal habe ich mich für das Top-Modell mit dem Core M3 8 GB RAM, der 128 GB SSD und LTE entschieden. Wer bereit ist, etwas mehr Geld zu investieren, fährt mit den teuren Modellen deutlich besser. Mein Benchmark-Vergleich zeigt, dass sowohl die Single-Core als auch die Multi-Core und die Grafikleistung ein gutes Stück besser als beim Pentium Gold des Vorgängers sind. Wie gesagt, die diesjährige Pentium Gold-Version wird sehr ähnlich wie damals abschneiden. Interessant ist aber auch, dass das alte Surface Pro 6 mit einem Core i5 weithin deutlich Leistungsstärke ist. Der Surface Go 2 bietet euch also nicht möglichst viel Leistung für wenig Geld. Ist euch das wichtig, bekommt ihr mit fast jedem Laptop ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Das bedeutet auch, dass es kein Spiele-Tablet ist. Klar, ihr könnt durchaus einfachere Spiele zocken. So konnte ich Cuphead wunderbar spielen. Ihr könnt auch Fortnite installieren, doch läuft das nur mit niedrigster Grafik einigermaßen. So richtig empfehlenswert ist das nicht. Auf dem günstigeren iPad 7 läuft Fortnite hingegen deutlich besser. Selbst zum Bearbeiten von Videos ist das iPad 7 besser geeignet. In meinem Adobe Premiere Rush Render-Test hat selbst die teure Core i5-Version schlecht abgeschnitten. Entscheidet ihr euch für das günstigste Modell mit dem Intel Pentium Gold, dann ist die Leistung für Office-Arbeiten und einfaches Serfen im Internet ausreichend. Ich hatte auf dem ersten Surface Go auch Photoshop genutzt und es funktioniert durchaus. Holt ihr euch das teurere Modell mit dem Core M3 und 8 GB RAM, läuft all das ebenfalls, aber deutlich besser, vor allem für Multitasking. Bei dem Modell könnt ihr dann ordentlich zwischen Chrome, Word und Photoshop wechseln. Mir ist dabei aufgefallen, dass das Tablet recht warm werden kann, auch vorne auf dem Touchscreen. Das liegt daran, dass es passiv gekühlt ist, dafür ist es geräuschlos. Wichtig ist, dass ihr euch darüber im Klaren seid, was für ein Tablet ihr euch mit dem Surface Go 2 holt. Ihr zahlt hier einen Premium-Preis für ein Premium-Design und einen kleinen Formfaktor. Wenn ihr euch für über 800 Euro das Top-Modell holt und die Leistung eines 800 Euro Ultrabooks erwartet, dann werdet ihr enttäuscht sein. Das Design des Surface Go 2 hat Microsoft im Vergleich zum Vorgänger nicht geändert, naja, zumindest fast nicht. Wie gesagt, das Display ist etwas angewachsen. Da das Gehäuse gleich geblieben ist, bedeutet das auch, dass die schwarzen Rahmen geschrumpft sind. Dadurch schaut es moderner aus. Mir gefällt das Design des Surface Go 2 sehr. Es ist letztendlich eine kleine Version des Surface Pro, mit der gleichen hochwertigen Magnesium-Legierung und einem Klappständer, den man sehr weit ausfahren kann. Das Tablet schaut sehr hochwertig aus und fühlt sich auch hochwertig an. Mit 8,3 mm ist es allerdings etwas dicker als Konkurrenten von Apple und Samsung und es ist mit 544 Gramm auch etwas schwerer. Ganz unten gibt es einen magnetischen Anschluss für das offizielle Tastaturcover. Habt ihr die LTE-Version, sitzt links ein SIM-Kartenslot und oben sind der Anschaltknopf und die Lautstärke-Regler untergebracht. Rechts sitzen ein Kopfhöreranschluss und ein USB-Typ-C-Anschluss. Über den könnt ihr auch externe Monitore anschließen und das Tablet aufladen. Das mitgelieferte Netzteil passt aber nur auf den magnetischen Surface-Connect-Anschluss, der unter dem USB-C-Port sitzt. Außerdem hat Microsoft unter dem Kickstand einen Micro-SD-Kartenslot versteckt. Auf der Rückseite sitzt eine 8 Megapixel Kamera, mit der man ordentliche Aufnahmen machen kann. Videos kann man allerdings nur in Full HD aufnehmen. Nach vorne gerichtet ist eine 5 Megapixel Selfie-Kamera, dessen Qualität für ein Tablet gut ist. Tatsächlich ist die Webcam nicht nur etwas, sondern um ein Vielfaches besser, als die Webcams vieler über 1000 Euro teuren Laptops. Neben der Frontkamera sitzt außerdem ein Infrarotsensor, dank dem man das Tablet mit der Gesichtserkennung von Windows Hello entsperren kann. Das funktioniert ähnlich gut und schnell wie Apples Face ID. Für viele wird das Surface Go 2 nur zusammen mit der Tastatur interessant sein. Die muss man leider separat dazu kaufen. Schön ist aber, dass es genau die gleiche des Vorgängers ist. Bei einigen Händlern könnt ihr sie bereits für günstig bekommen und gebraucht wird sie auch schon angeboten. Das Type Cover ist hervorragend, das kennen wir von Microsoft ja bereits. Wir bekommen hier solide, feste Tasten, die einen echten Tastenhub haben. Ich konnte mit der Tastatur sofort blind und fehlerfrei schreiben. Vor allem im Vergleich zu anderen Tastaturen für 10-Tablets ist diese hier richtig gut umgesetzt. Eine Hintergrundbeleuchtung ist ebenfalls eingebaut. Unter der Tastatur sitzt ein Touchpad. Das funktioniert ebenfalls gut und unterstützt alle gängigen Multitouch-Gesten von Windows 10. Aber es ist natürlich etwas kleiner als bei modernen Notebooks. Zu Hause würde ich eine richtige Maus anschließen. Microsoft bietet das Type Cover in verschiedenen Farben an, die allesamt einen Alcantara-Bezug haben. Die günstigste Version ist schwarz und besteht aus einem anderen Kunststoff. Bei allen ist eine magnetische Leiste eingebaut, dank der man die Tastatur so ein bisschen anwinkeln kann. Dadurch liegt sie nicht flach auf dem Tisch. Auf dem Microsoft Surface Code 2 läuft natürlich Windows 10. Es ist aber nicht normales Windows, sondern Windows 10 im S-Mode. Das bedeutet, dass man ab Werk nur Programme aus dem Microsoft Store installieren kann. Dadurch soll das System deutlich sicherer sein, da man beispielsweise nicht versehentlich Schadsoftware installieren kann. Zwar hört sich das gut an, doch bedeutet das auch, dass ihr Programme wie Google Chrome, Adobe Photoshop oder auch Treiber nicht installieren könnt. Keine Sorge, ihr müsst Windows 10 nicht im S-Mode benutzen. Mit wenigen Klicks könnt ihr einfach, schnell und kostenlos zu normalem Windows 10 Home wechseln. Tut ihr das, fällt sich das Tablet dann genauso wie der andere Windows PC. Microsoft bietet das Surface Code 2 auch mit eingebautem LTE an. Der Nano-SIM-Karten-Slot befindet sich bei der LTE-Version an der linken Seite. Ich habe es mit einer SIM-Karte von der Telekom ausprobiert und soweit ich messen konnte, war der Empfang genauso gut wie mit meinem Smartphone. In Windows gibt es einige Einstellungen, die ihr euch anschauen solltet, wenn ihr die LTE-Version habt. Dort könnt ihr beispielsweise ein Daten-Limit festlegen. Klar, ihr könnt auch einfach einen Hotspot mit eurem Handy eröffnen und dann darüber ins Internet. Aber wenn euch die zusätzlichen Kosten nichts ausmachen und ihr oft unterwegs seid, ist es äußerst praktisch, immer eingebautes Internet zu haben. Es gibt mittlerweile in Cafés und so oft WLAN, klar, oft aber auch sehr schlechtes. Wenn man HD-Videos bei maximaler Helligkeit mit Chrome bei YouTube schaut, hält der Akku 5,5 Stunden. Für ein Windows-Tablet ist das ziemlich viel. Das ist mein neuster Test, der für die meisten Nutzer eher die Realität widerspiegelt, doch habe ich noch keine Windows-Geräte zum Vergleich. Nun, wenn ihr lokal ein HD-Video bei mittlere Helligkeit schaut, kommt das Surface Code 2 auf gut 11,5 Stunden. Auch das ist ein guter Wert. Mein Test hat gezeigt, dass das Microsoft Surface Code 2 das derzeit beste 10 Zoll Windows-Tablet ist, die Konkurrenz ist aber auch gering. Im Vergleich zum Vorgänger hat es sich etwas verbessert und es ist merkbar hochwertiger als die Konkurrenten von Lenovo und vor allem Trackstore. Wir bekommen ein schickes Display, eine gute Verarbeitung und eine solide Leistung, insbesondere für Office-Arbeiten. Das Type-Cover und das Surface Pen sind wie gewohnt hervorragend umgesetzt. Ich halte das Surface Code 2 für ein gutes Zweiggerät, beispielsweise für Entwickler oder Schüler, die Windows brauchen. Vor allem auch dann, wenn ihr mit dem Surface Pen handschriftliche Notizen aufschreiben oder PDFs bearbeiten möchtet. Aufgrund der schwachen Leistung kann ich es nicht als Hauptgerät empfehlen. Einen Desktop-PC oder ein vollwertiges Notebook würde ich damit nicht ersetzen. Wie gesagt, mir gefällt das Surface Code 2 ziemlich gut. Trotzdem sollten die meisten eher zu einem iPad oder Android-Tablet greifen. Das Surface Code 2 ist nur dann interessant, wenn ihr mit einem Tablet arbeiten möchtet und Windows benötigt. Alle anderen sind mit iPads oder Android-Tablets besser aufgehoben. Vor allem die, die mit einem Tablet hauptsächlich Filme schauen, im Internet surfen und Spiele spielen möchten. Kommen wir zu den Alternativen. Wenn ihr mehr Leistung benötigt, solltet ihr euch das Microsoft Surface Pro 7 anschauen. Klar, es ist größer, aber mit einem Mittelcore i5 oder Core i7 ist es deutlich leistungsstärker. Vor allem, wenn ihr anspruchsvolle Programme benutzen möchtet, seid ihr damit besser aufgehoben. Es ist allerdings auch deutlich teurer. Falls ihr so wenig Geld wie möglich ausgeben möchtet, aber Windows braucht, dann könnt ihr euch auch das Lenovo IdeaPad D330 anschauen. Das ist so alt wie das erste Surface Go und besteht aus Kunststoff, doch sind fast alle Einschaffen des Tablets in Ordnung. Schön ist hier, dass die Tastatur standardmäßig dabei ist. Je nach Modell kann es deutlich preiswerter sein. Lenovo hat schon einen Nachfolger angekündigt, aber der ist noch nicht verfügbar. Benötigt ihr kein Windows, dann solltet ihr euch das Apple iPad D7 anschauen. Das könnt ihr ebenfalls mit Tastatur und Stift bekommen und die Office Apps von Microsoft werden ebenfalls unterstützt. Gleichzeitig eignet es sich besser als Spiele-Tablet und die Leistung ist sogar für Bild- und die Videobearbeitungsprogramme etwas besser. Gut, das war mein Test vom Microsoft Surface Go 2. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir doch unten in die Kommentare und abonniert diesen YouTube-Kanal. Ich teste so ziemlich jedes Tablet, das in Deutschland erscheint. Alle von Microsoft, Apple, Samsung, Huawei, Lenovo und vielen anderen. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.